Was jetzt? Auf, Manfred, komm. Trau dich. Ja, das einzig sprechende Schaf in Hessen sagt Ihnen jetzt einmal mehr, guten Morgen. Wir haben Ihnen die Zähne richten lassen, ganz deutlich, guten Morgen. Na, hopp. Also, sagen wir nicht böse, Manfred. Hier ist der H3-Radio-Service um 7.05 Uhr mit der Meldung zur A61. 60 Koblenz Richtung Bingen zwischen Stromberg und Bad Kreuz nach 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Pop und Make am Mikrofon ist Jörg Bomberg. Manfred, das üben wir noch. Es war ja überhaupt nichts. Wie peinlich. Ja, nee, 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 so eine peinliche Nummer habe ich ja bei dir noch nie erlebt hier heute Morgen. Furchtbar, also, nee, nee. I got something to say.